Jo, Freunde, willkommen zurück. Heute schauen wir uns mal die letzte Karte, die wir an Belfi 2042 bekommen an und zwar ist das ja Stadion 2.0, eine Rework-Karte. Dann habe ich noch einige Informationen jetzt zusammengesucht, die kommen jetzt vom Livestream bzw. die habe ich jetzt gerade mir so ein bisschen hergeleitet und danach ist ja nach Season 7 das Support-Ende für Belfi 2042 eingeleitet worden oder wird dann eingeleitet. Doch wie geht es danach weiter? Das sprechen wir auf jeden Fall jetzt alles durch. Auf der einen Seite ist man froh, dass es zu Ende ist, auf der anderen Seite denkt man sich, was kommt jetzt? Bis zum nächsten Belfi 2042 haben wir mindestens noch ein Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Deswegen, das ist schon, sage ich mal, eine schwere Situation für das gesamte Franchise. Naja, mal schauen, vielleicht wird es ja doch irgendwie nochmal eine Überwachung geben, dass das Spiel eher kommt, das nächste Belfi 2042. Hoffe ich ehrlich gesagt nicht, weil dann werden wahrscheinlich wieder so viele Bugs dabei sein, dass die meisten Leute durchdrehen. Was man jetzt bei der Karte Stadion auf jeden Fall noch machen sollte, ist einmal diese Hintergrundkarte vollkreisig freischalten. Da zeige ich euch jetzt mal die Standorte, wo die genau sind. Einmal bei den Plätzen, das ist im Prinzip im Stadion drin, das sind diese ganzen Reihen, die man dort begehen kann. Der geht jetzt zum höchsten Punkt, zieht euch dort hoch halt und lauft dort ein Stück lang und dann wird das im Prinzip halt schon aktiviert. Als zweites braucht ihr noch die Banner, das ist jetzt hier genau gegenüberliegende Seite von der C-Flagge und zwar in Verlängerung davon. Wenn ihr drin seid, nehmt ihr das als Anhaltspunkt und geht dann auf die rechte Seite und hier sind jetzt mehrere Banner. Wenn ihr einmal hier diese ganze Reihe langlauft, dann müsste es eigentlich aktiviert werden. Bei mir war es jetzt hier in diesem Bereich und dann wurde das halt gut geschrieben. Nachdem ihr jetzt die Spielerkarte freigeschalten bekommen habt, gibt es dann auch einen Text, den seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Ja, den könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Im Livestream habe ich ja den Dino gesucht, der war ja eigentlich ursprünglich in der dritten Etage. Den haben sie jetzt umgesetzt und vor allem der lässt sich jetzt zerstören. Vielleicht wurde der auch beim Livestream zerstört. Auf jeden Fall ist die neue Position jetzt bei folgendem Bereich. Seid ihr jetzt draußen bei der B1-Ferge, geht ihr rein nach links. Da gibt es ja diese Seilzüge, die sind ganz unten im Erdgeschoss. Hier geht ihr jetzt bis ganz nach oben und dann, wenn ihr ganz oben seid, geht ihr genau nach rechts. Und hier gibt es so einen Farbeimer und hier haben sie jetzt den Dino positioniert. Wenn jetzt hier eine Handkralade hinfliegt oder sowas, ist der natürlich dann weg. Deswegen habe ich den wahrscheinlich auch nie gefunden. Im Livestream haben wir ja die Eroberungsversion gespielt. Die seht ihr jetzt hier im Hintergrund. A1-Flagge ist draußen, B1-Flagge ist genauso draußen auf gleicher Ebene. Dann haben wir noch C1 und E1. Die befinden sich in der dritten Etage und D1, ich glaube, das war der erste oder der zweite Stock. Auf jeden Fall lässt sich die Karte extrem scheiße spielen und Livestream. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ich bin da teilweise reingejoint und sofort wurde ich abgeschossen, weil die Leute teilweise an Winkeln stehen oder an Positionen, wo du gar nicht sofort hinguckst. Du kommst rein. Das ist fast schon wie bei Shipment aus COD und wirst sofort abgeschossen und kannst nichts machen. Im Rush-Modus war das etwas besser gewesen. Da konnte man jetzt abschätzen, wo die meisten Gegner sich befinden und vor allem, wo die sich auch verstecken können. Hier sehen wir jetzt den ersten Sektor. Die Attacker-Seite startet auf der linken Seite unter der Brücke. Das habe ich mir mal etwas genauer angeschaut. Also wie der Abstand zum Bombenplatz ist. So wie von der Defender-Seite. Das ist ungefähr die gleiche Position. Wir haben jetzt einmal den Bombenplatz hinter den LKW. Für die Attacker-Seite ist das natürlich, sage ich mal, ein Vorteil. Und auf der linken Seite befindet sich der Bombenplatz so ein bisschen hinter der Mauer, wo so ein Betonpfeiler oder wo so ein Betonbereich ist. Positionen wurden schon ganz in Ordnung ausgewählt. Es gibt da keine bessere Position, wo man das setzen könnte, weil die Karte einfach viel zu schlecht ist. Ich sage mal, der erste Sektor ist sowohl für die Attacker als auch für die Defender zu verstehen und auch zu schaffen, sage ich jetzt mal. Der zweite Sektor ist jetzt direkt vor dem Stadium auf Ebene 0, also auf der untersten Ebene. Das ist auf jeden Fall auch zu schaffen. Da haben wir einmal links den Bombenplatz sowie rechts. Dazwischen seht ihr jetzt hier, ich glaube, das kann man auch relativ gut noch auf diesem Bild erkennen. Da ist dort nochmal so eine Abgrenzung. Also das ist nicht auf Sichthöhe, sondern da ist noch dazwischen was. Ja, das kann man auf jeden Fall auch noch, sage ich mal, so hinnehmen. Das haben sie auf jeden Fall auch noch ganz okay hingesetzt. Der dritte Sektor ist ein Riesenproblem. Hier habe ich jetzt nicht gewartet, bis diese Flaggenpunkte auftauchen. Auf jeden Fall ist es nicht auf gleicher Ebene. Ich glaube, das war im ersten Stock und im dritten oder im zweiten auf jeden Fall ist es nicht auf gleicher Ebene. Wenn ihr Defender seid und nicht sofort dorthin kommt und die Tagger pushen extrem, so war das bei uns im Livestream gewesen, hast du als Defender im dritten Bereich eigentlich keine Möglichkeit, dort irgendwas zu reißen. Gerade weil das halt auf unterschiedlicher Ebene ist. Und wenn die Leute nicht die Position verstehen, wo das ist, verlierst du als Defender auf jeden Fall relativ schnell. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir im Livestream jetzt nur diese YouTuber dabei hatten. Das ist extrem sweaty zu spielen. Einige spielen da auch auf KD. Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Es geht ja eigentlich darum, dass man die Karte so ein bisschen kennenlernt und so ein bisschen die Feinheiten ausarbeitet und an der Community mitteilt. Aber einige versuchen da irgendwie auf KD zu spielen, was extrem nervig ist. Aber die Karte ist, ja, wie gesagt, ich habe es versucht, mir mal etwas genauer anzuschauen. Wie gesagt, die ersten beiden Sektoren sind ganz in Ordnung. Beim dritten Sektor ist es sowohl als Angreifer als auch Defender ein bisschen schwieriger. Durchbruch hatten wir jetzt in diesem Livestream-Event nicht dabei gehabt. Es wurde aber jetzt trotzdem released am Starttag, habe ich gesehen. Das haben sie also herausgebracht, diesen Durchbruchsmodus. Und obwohl es erst hieß, dass dieser nicht kommen wird. Hier sehen wir jetzt mal die Sektoren. Der erste Bereich sitzt draußen, wo der umgestürzte LKW liegt. Der zweite ist direkt vor dem Stadioneingang, beziehungsweise die Hälfte vom Treppenhaus schon mit dabei. Und der dritte Bereich, das ist jetzt direkt hinten, wo dieser Zuschauerbereich ist. Ja, wo die Zuschauer halt sitzen. Hier sieht man jetzt mal den TDM-Bereich von der Karte. Also bei der Karte hätte man echt gedacht, dass es irgendwie ein bisschen Mehrheit macht. Aber dadurch, dass es so verwinkelt ist, gerade in dem mittleren Bereich, da wirst du von Positionen abgeknallt. Da denkt man gar nicht, dass dort überhaupt jemand stehen könnte. Also insgesamt ist die Karte mittelmäßig bis schlecht, würde ich so einschätzen, jetzt von meiner Seite her. Wir haben jetzt eine Übersicht, wie es jetzt weitergeht. Das ging jetzt mit dem Update 7.1 los, mit dem Crimson Front Event. Das wurde ja bereits, wie gesagt, veröffentlicht. Jetzt sind wir bei April. Da haben wir jetzt das Stadion mit diesem Rework. Dann geht es weiter mit Mitte Mai, mit dem Update 7.2. Mitte Mai ist übrigens der 16. Da habe ich gerade mal geschaut. Da kriegen wir den Stealth-Bomb sowie die neue LMG. Und von Mai bis Juni gibt es dann ein neues Event, Future Strike, wo wir uns dann vermutlich neue Sachen freischalten können. Ich habe jetzt einige Sachen mal rausgesucht, die wir vielleicht uns da freischalten können. Übrigens beim Livestream-Event haben mich die Leute so genervt, dadurch, dass sie mich von jeder komischen Position abgeschossen haben, dass ich fast gar nichts machen konnte. Habe ich mir dann mal das Stadion etwas genauer angeschaut. Ihr könnt übrigens die Außenwand komplett abschießen. Außer die Kacheln, die jetzt ganz am äußeren Rand sind, die gingen irgendwie nicht kaputt. Aber die in der Mitte, die könnt ihr alle so weit abschießen oder jetzt zum Beispiel auch mit C5 wegsprengen. Das habe ich jetzt hier mal eine Zeit lang gemacht. Da seht ihr jetzt hier mal das Endresultat. Das ist natürlich jetzt nicht mit einer Revolution zu vergleichen aus Belfit 4. Aber man sieht, einige Sachen kann man trotzdem zerstören. Wie gesagt, wenn das ganz am Rand ist von dieser Linie oder von dieser Umrandung, wenn man das jetzt hier so als Umrandung betrachtet, da sieht man, dass man die Kacheln dort nicht wegschießen kann. Das hatte ich jetzt hier zweimal oder dreimal versucht. Das ging auf jeden Fall nicht. Das geht scheinbar gar nicht. Ja, das wusste ich. Das geht nicht. Also ihr könnt, wenn ihr Bock habt, die ganze Fassade abschießen. Am runden Endbildschirm wird ja das Stadion nochmal komplett gezeigt. Und dann kommt ja dieses Team, was dort vorgestellt wird. Wenn ihr links und rechts die grünen Bereiche wegschießt, müssen die auf jeden Fall im Endscreen mit zu sehen sein, dass dort halt die Kacheln fehlen. Das könnt ihr ja mal testen. Die haben jetzt komischerweise bei den Portalwaffen besondere Skins eingefügt, was vorher nicht da gewesen ist. Zum Beispiel bei dieser Goalsniper. Diesen roten Skin, den hatten wir bereits schon. Gauntlet zum Beispiel ist noch nicht im Spiel. Das wäre zum Beispiel so ein Kandidat für das Future Strike Event. Das könnte sein, dass wir uns dort diesen Skin hier freischalten können. Das ist übrigens ein universeller Waffenskin. Der zählt jetzt hier nicht nur für die Goalsniper. Das könnt ihr dann auch natürlich dann für die ganzen anderen Waffen ausrüsten. Dann gibt es noch einen universellen Waffenskin, den ich auch vorher noch nicht gesehen habe. Der Scare-Taker hier mit Orange, Grau und Weiß. Das wäre jetzt auch so ein Kandidat für das Event. Das kann natürlich auch sein, dass es zum Beispiel ein Event-Bundle wird. Dann gibt es immer noch die ganzen DSC-Hintergrundkarten aus Battlefield 4 in den Gamefiles. Die haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wann die kommen werden. Die müssten ja eigentlich auch irgendwann nochmal released werden. Das wäre irgendwie schade, wenn sie die einfach jetzt hier in den Gamefiles verrotten lassen. Sollen sie einfach bei den Events freischaltbar machen. Ja, oder dass man die halt irgendwie in den Shop sich kleben kann, kostenlos. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann gibt es noch für die Desert Eagle einen goldenen Skin, Aurorik Toxin. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie für ein Easter Egg ist oder ob das ein Bundle wird. Oder ob man das vielleicht über das zukünftige Zukunfts-Event freischalten können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es drin und es sieht wirklich sehr gut aus. Erinnert mich doch ein bisschen an COD-Skins. Ganz oben haben wir nochmal so eine Karma im Hintergrund. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen dunkelgold aus, hellgold. Gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als der T1-Skin. Dieser T1-Skin mit diesen roten und schwarzen sieht dagegen aus wie ein Witz, wenn man das mal hier als Vergleich gegenüberstellt. Ich habe das zwar jetzt hier im Livestream gezeigt. Das ist natürlich jetzt hier nochmal kompakt zusammengefasst. Und dann gibt es jetzt gleich nochmal denselben Skin oder fast denselben Skin für die Schrotflinte. Wartet mal, ich schaue mal ganz kurz nach, ob ich das hier noch raus extrahiert habe. Ja, genau hier ist es. Und zwar für die 12M Automatik. Das ist im Prinzip genau derselbe Skin. Wir haben jetzt hier keine Totenschädel am Griffstück. Ansonsten ist es mit derselben Karma im Hintergrund. Einmal mit diesem hellen Gold, sowie auch mit diesem dunkleren Gold. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, wann sie das releasen wollen. Ist auf jeden Fall in den Gamefalls drinne. Und vor allem ist es auch fertig. Ihr seht es. Dann gibt es noch für die AM40 Rising Tide. Der ist auf jeden Fall auch nicht im Spiel drinne. Mit Orange, Grün und Ochre. Dann gibt es noch eine Spieler-Hintergrundkarte Freitagsbelohnung. Ne, Freitagabendbelohnung. Meine Güte. Die könnt ihr auf jeden Fall schon aktiv freischalten. Was jetzt noch nicht drinne ist und was aber in den Gamefalls schon noch vorhanden ist, ist diese Friday Night Erkennungsmarke für die Waffen halt. Dann haben wir noch einen Waffenhänger mit der Steel mit Gold. Das passt auf jeden Fall auch wieder zu der Desert Eagle. Dann gibt es für Albich auch noch einen Skin. Der würde jetzt auch wieder zu diesem Desert Eagle Skin passen. Der heißt Golden Lancet. Hier haben wir jetzt einmal Goldstreifen an der Kopfbedingung. Am Mund habt ihr dreimal so eine Goldstreifen. Dann an der Schulter gibt es auch nochmal so eine. Und ganz hinten am Rucksack gibt es auch nochmal so eine Goldapplikation. Und ansonsten ist das so eine Desert Camo, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir noch so ein Exoskelett. Das gibt es für drei unterschiedliche Spezialisten. Ich vermute mal, dass es so ein Set in der Zukunft werden wird. Einmal für Maria Falk heißt es Panacea. Da sehen wir einmal so ein Exoskelett mit Gelb. Ja, und mit verschiedenen Unterstützungen. Am Kopf sehen wir noch so eine kleine Kamera, sehe ich jetzt hier gerade. Und ganz vorne, was besonders auffällig ist, gibt es ein neues Emblem. Ich gehe mal davon aus, dass das zu diesem Zukunftstrike dazugehören wird. Oder dass das ein Set ist. Ob das jetzt kostenlos ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich dann zu diesem Zukunftstrike-Event gehören. Sundance gehört auch mit zu diesem Set. Hier heißt es jetzt Yellow Cake. Und das ist genau wieder diese gleiche Farbe und auch die gleiche Optik. Und ganz vorne ist auch wieder dieses Emblem. Ich denke mal, das ist halt, wie gesagt, für das zukünftige Event. Hier seht ihr auch so ein bisschen Goldapplikationen noch an diesem Filterbereich von der Maske. Und vorne haben sie auch nochmal ein bisschen was an Gelb markiert. Das dritte Set, was auch noch dazu gehört, gehört jetzt den Doser. Das heißt hier Black Light. Und hier sehen wir jetzt auf jeden Fall wieder dieselbe Optik mit dem Gelb. Und vor allem das Emblem vorne ist auch wieder dabei. Das ist, wie gesagt, denke ich mal, für dieses Event. Ja, ich finde, es geht schon von der Optik her. Für die RPK gibt es auch noch einen neuen Skin. So Marine Blau mit so einer gefleckten Carmo. Delphi 0. Sehr komischer Name auf jeden Fall. Dann ist komischerweise jetzt das so, dass die für die Belphi 3 Fahrzeuge, gefallen für diesen UH-60 Transport-Heli, haben die jetzt komischerweise nochmal spezielle Carmos eingefügt. Das konnte man jetzt hier auch auf diesen Test-Event sich nochmal anschauen. Das hat mich auch gewundert. Ich habe keine Ahnung, wieso die jetzt da auf einmal nochmal bei diesen Portalwaffen und auch bei diesen Portalfahrzeugen rumexperimentieren. Das macht für mich ehrlich gesagt gar keinen Sinn. Vielleicht hat das ja doch irgendwie einen Grund. Mir ist noch was zu der Stadion-Map eingefallen. Und zwar statt den Fahrzügen haben sie ja diese Seilrutschen jetzt da implementiert. Wenn ihr im Erdgeschoss steht und ihr wollt nach ganz oben, ist es ja kein Problem. Ganz normal wird ihr eine Aktionstaste mit der Seilrutsche bedienen und dann fahrt ihr bis nach ganz oben in den dritten Stock. Wollt ihr jetzt aber in den zweiten oder in den ersten Stock, dann müsst ihr irgendwie E-Taste drücken, dann ganz komisch springen und dann euch an die Mauer ganz dicht ran drücken. Und erst dann kommt ihr oben an oder besser gesagt bei dieser Etage, wo ihr rauskommen wollt. Ist ein bisschen hakelig. Das finde ich zum Beispiel auch so ein Problem. Also ich weiß nicht, ob das so optimal gelöst ist. Da bin ich auch der Meinung, vielleicht könnte man da auch noch was nachbessern. Aber ich müsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht wie. Ist auch ein bisschen schwierig. Um das jetzt nochmal für die Leute zu verdeutlichen. Nach Season 7 ist es dann Schluss mit Battlefield 2042. Dann wird der Support eingestellt. Das bedeutet, es gibt keine neuen Karten, keine neuen Fahrzeuge, keine neuen Waffen. Also da gibt es nichts weiter von dieser Seite her. Außer jetzt neue Events und dann nochmal ein paar Skins. Vielleicht eine neue Hintergrundkarte oder sowas in der Art. Dann vielleicht nochmal einen neuen Fahrzeugskin und das war es dann auch schon. Also nicht, dass jetzt irgendwelche Leute noch denken, dass wir da noch irgendwas Besonderes bekommen. Ich kann mir noch vorstellen, dass wir vielleicht nochmal so einen experimentellen Modus bekommen, den wir noch nie hatten. Das wäre vielleicht noch eine Option, die besteht. Aber ansonsten war es dann jetzt. Also ihr könnt gerne mal einen Kommentar reinschreiben, wie ihr die ganze Situation seht. Und vor allem, wie lange dauert das jetzt bis zum nächsten Battlefield. Also ich weiß nicht, wie lange sich die jetzt hier noch Zeit lassen wollen. Das ist auf jeden Fall jetzt eine extrem lange Zeit, die überbrückt werden muss. In der Zeit muss ja das Franchise, sage ich mal, noch am Leben erhalten werden. Das ist echt schwierig im Moment. Ich verlinke euch jetzt noch weitere Videos zu Battlefield 20, 42 oder andere Videos. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Euer Goldpriester. Ciao.